Всем привет! Сегодня у нас третья глава книги «Хайфиши и интерспрей». Слушаем Аудио. Kapitel 3 Was für Projekte sind das? will Elisabeth wissen. Projekte zur Entwicklung an der Spree, zur Stadtentwicklung. Es gibt so viel Land am Spreeufer, das noch frei ist. Es gibt dort nichts, nur ein paar Boden. Nichts ist organisiert, alles chaotisch, schmutzig, ohne Ordnung. Kein gutes Bild für die Stadt Berlin und die Besucher. Wie dieses Spree-Land nebenan? fragt Elisabeth. Genau. Dieses Stück Land wird unser erstes Projekt. Aber da gibt es diese Bürgerbewegung und das Bauamt hat, ergänzt Oliver Zahn. Zahn, seien Sie bitte ruhig. Sie sind nicht gefragt, unterbricht ihn Hayek nervös. Gehen Sie und holen Sie die Artikel und Fotos aus den Zeitungen, bitte. Da kommt plötzlich ein Anruf. Zuerst hört Hayek zu, dann brüllt er ins Telefon. Was soll das? Lassen Sie uns in Ruhe. Stören Sie nicht immer. Gehen Sie dort weg, aber schnell. Nächste Woche schicke ich die Polizei. Damit endet der Anruf und Hayek setzt sich wieder. Diese Anrufe kommen immer wieder. Der am Telefon sagte gerade, wir gehen nicht weg. Vorher bist du tot. Herr Hayek, das meint er doch nicht wirklich. Naja, vielleicht haben Sie recht. Hoffentlich. Also, machen wir weiter, schlägt sie vor. Sehen Sie, Frau Aumann, wir wollen nur das Beste und schaffen dabei viele Arbeitsplätze. Wir wollen dort neue Büros bauen, Geschäfte, Clubs, auch ein schönes Schwimmbad. Für alle. Das klingt nicht schlecht, aber warum bin ich dann hier? Diese Bürgerbewegung ist gegen unsere Projekte und stört uns. Alles kleine Fische. Aber leider hört auch das Bauamt auf Sie. Mit dieser Blockade muss Schluss sein. Sonst verlieren wir viel Geld. Da kommt Zahn zurück mit den Artikeln und Fotos. Jetzt kommen wir zu Ihrem Auftrag. Sie sehen, in den Zeitungen steht alles über unsere Projekte. Was aber besonders schlimm ist, wir sprechen in der Firma über eine neue Aktion, nur unter uns. Und ein oder zwei Tage später steht es in der Zeitung. Ja, so etwas? Wie kommt denn das dorthin? Meldet das jemand von Ihnen? Elisabeth versteht jetzt. Ich glaube, unter uns ist ein Maulwurf. Na, wahrscheinlich, sagt Oliver Zahn leise. Frau Dr. Aumann, das ist unser Auftrag. Finden Sie diesen Maulwurf. Suchen Sie, auch in unserer Firma. Sie bekommen alle Hilfen. Es wird nicht leicht sein, aber ich versuche es, erklärt Elisabeth. Dann unterschreiben Sie hier. Wir geben Ihnen einen Vorschuss. 500 Euro. Ist das genug? Danke, ich brauche aber weitere Informationen. Die bekommen Sie von meinem Kollegen, Herrn Zahn, in seinem Büro. Elisabeth fühlt, dass mit diesem Zahn etwas nicht stimmt. Sie weiß aber nicht was. Beim Abschied fragt Hayek. Haben Sie meine Landschaft unten gesehen und den Teich mit den Fischen? Ich liebe Fische. Besonders schöne, kleine. Er lacht und zeigt dabei seine Zähne. Als die beiden weg sind, singt er leise das Lied von Brecht. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Was für Projekte sind das? Will Elisabeth wissen. Что это за проекты, хочет знать Elisabeth? Projekte zur Entwicklung an der Spree, zur Stadtentwicklung. Stadtentwinklung. Oh, bоже мой. Entwicklung. Es gibt so viele Land am Spree-Ufer, das noch frei ist. Еще есть очень много земель на берегах Spree, которые еще свободны. Es gibt dort nichts, nur ein paar Böden. Nichts ist organisiert. Alles chaotisch, schmützig, ohne Ordnung. Там еще, там ничего нет. Только пара ларьков. Ничего не организовано. Все хаотично, грязно, без порядка. Kein gut ist bild für die Stadt Berlin und die Besucher. Нехорошая картина для города Берлин и для посетителей, для гостей города. Ведь dieses Spree-Land, äh, nebenan, fragt Elisabeth. И этот Spree-Land, ну, это название этого протестационного городка, поблизости, спрашивает Elisabeth. Genau. Точно. Dieser Stuk-Land wird unser erstes Projekt. Этот кусок земли наш первый проект. Будет нашим первым проектом. Aber da gibt es diese Bürgerbewegung. Und das Baum hat, на многоточие, against Oliver-San. Aber, ой, но, там есть это народное движение. И Baum, ну, это такой строительный комитет, или как это называется, который разрешает строительство или запрещает его. И эта строительная организация имеет, и тут он недоговаривает, дополняет Oliver-San. Zan, seien Sie bitte ruhig. Sie sind nicht gefragt. Unterbricht in Hayek nervös. Gehen Sie und holen Sie die Artikel und Fotos aus den Zeitungen, bitte. Zan, будьте, пожалуйста, спокойны. Вас не спрашивали, перебивает его Hayek нервно. Идите и возьмите статьи и фотографии из газет, пожалуйста. Da kommt plötzlich ein Anruf. Неожиданно поступает звонок. Zuerst hört Hayek zu, dann brüllt er ins Telefon. Сначала Hayek слушает, затем он орёт, да, рычит в Telefon. Was soll das? В чём дело? Lassen Sie uns in Ruhe. Оставьте нас в покое. Stören Sie nicht immer. Не надо постоянно беспокоить, да, мешать. Gehen Sie dort weg, aber schnell. Убирайтесь оттуда и побыстрее. Nächste Woche schicken ich die Polizei. На следующей неделе я отправлю полицию. Damit endet der Anruf und Hayek setzt sich wieder. На этом заканчивается звонок и Hayek садится снова. Diese Anrufe kommen immer wieder. Эти звонки поступают всё время. Der am Telefon sagt er gerade. Wir gehen nicht weg. Für hier bist du tot. Он в телефоне только что сказал. Мы не уйдём. Прежде, ну, сначала умрёшь ты, да. До этого. Hier, Hayek, das meint doch nicht wirklich, господин Hayek. Он не имел это в виду серьёзно. Na ja, vielleicht haben Sie recht, hoffentlich. Ну да, возможно, вы правы. Надеюсь. Also, machen wir weiter, schlägt sie vor. Итак, давайте продолжим, предлагает она. Sehen Sie, Frau Omen, wir wollen nur das Beste und schaffen dabei viele Arbeitsplätze. Видите ли вы, Frau Omen, мы хотим только лучшего и создадим при этом много рабочих мест. Wir wollen dort neue Büros bauen, Geschäfte, Clubs, auch ein schönes Schwimmbad für alle. Wir хотим там новые офисы построить, магазины, клубы и также прекрасный, да, прекрасный бассейн для всех. Das klingt nicht schlecht. Это звучит неплохо. Aber warum bin ich dann hier? Aber warum bin ich hier? Diese Bürgerbewegung ist gegen unsere Projekte und schtört uns. Это народное движение против наших проектов и мешает нам. Alles kleine Fische. Вот это я не поняла. Всё, маленькие рыбы. Не знаю, что это значит. Если вы знаете, напишите в комментарии, пожалуйста. Не могу перевести это. Но если дословно переводите, это не имеет никакого смысла. Aber leider hört aus das Bauamt auf sie. Но, к сожалению, этот строительный комитет, да, строительная организация слушает также их, прислушивается к ним, да. Mit dieser Blockade muss Schluss sein. С этой блокадой должно быть покончено. Sonst verlieren wir viel Geld. Иначе мы потеряем много денег. Da kommt zan zurück mit den Artikeln und Fotos. Тут возвращается zan назад со статьями и фотографиями. Jetzt kommen wir zu ihrem Auftrag. Сейчас мы приступаем к вашему заданию, да, заказу. Как это ещё называется у детективов? Не вспомню сейчас слово, но заказ, да. Sie sehen, in den Zeitungen steht alles über unsere Projekte. Вы видите, в газетах написано всё про наши проекты. Was aber besonders schlimm ist? Wir sprechen in der Firma über eine neue Akzion nur unter uns. Что особенно плохо, это то, что мы говорим в фирме о наших новых действиях только между нами. Und ein oder zwei Tage später steht es in der Zeitung. И через один или два, ну, один или два дня позже написано это в газете. Ja, so etwas. Да, что-то такое. Что-то в этом роде. Wie kommt denn das Dartin? Как же это туда попадает? Meldet das jemand von Ihnen? Кто-то из вас сообщает? Elisabeth versteht es. Сейчас Elisabeth понимает, да, до неё доходит. Ich glaube, unter uns ist ein Maulwurf. Я думаю, среди нас есть крот. Das ist Tokaj, да, называется так. Ja, wahrscheinlich, sagt Oliver Cainweise. Да, вероятно, говорит Oliver Cain ticher. Frau Dr. Aume, das ist unser Auftrag. Finden Sie diesen Maulwürf, Frau Dr. Aume, nein, госпожа Dr. Aume. Это наше задание, наш заказ. Найдите этого крота. Suchen Sie auch in unserer Firma. Ищите также в нашей Firma. Sie bekommen alle Hilfe. Вы получите любую помощь. Es wird nicht leicht sein, aber ich versuche es, erklärt Elisabeth. Это будет нелегко, но я попытаюсь, да, постараюсь, объясняет Elisabeth. Dann unterschreiben Sie hier. Тогда подпишитесь здесь. Wir geben Ihnen einen Vorschluss, 500 Euro. Ist das genug? Мы дадим вам аванс, да, предоплату, 500 евро. Этого достаточно? Danke, спасибо. Ich brauche aber weitere Informationen. Мне нужна, однако, дальнейшая информация. Sie bekommen Sie von meinem Kollegen, Herrn Zahn, in seinem Büro. Ah, die bekommen. Вы получите ее от моего коллеги, господина Zahn, в его офисе. Elisabeth fühlt, dass mit diesem Zahn etwas nicht stimmt. Elisabeth чувствует, что с этим Zahnem что-то не так. Sie weiß aber nicht was. Она, однако, не знает, что именно. Beim Abschied fragt Hayak. При прощании Hayak спрашивает. Haben Sie meine Landschaft unten gesehen? Und den Teich mit den Fischen? Вы видели мою Landschaft? Пейзажная Landschaft? Снизу. Внизу. Ich liebe Fische, besonders Schöne, Kleine. Мне, я люблю рыбок, особенно красивых, маленьких. Er lacht und zeigt dabei seine Zähne. Он смеется и при этом показывает свои зубы. Als die beiden weg sind, singt Elisabeth das Lied von Brecht. Когда оба уходят, он поет тихо песенку. Что за песенка? Und der Haifisch, der hat Zahne. Und die trägt er im Gesicht. Und die ägula, der hat zubes, und sie hat sie in die Augen. Was das für eine? So, na этом все. Vielen Dank für den Kommentar. Подписывайтесь auf den Kanal, damit nicht zu vergessen. Meine новые Videos, weil meine Videos werden jetzt 3 раза in die Woche. Ich versuche es zu machen. вторник, четверг и субботу и чтобы не пропустить видео подписывайтесь и ставьте колокольчик а мы увидимся вам с вами в следующем видео и пока до новых встреч